Ja, Mahlzeit oder auch einen schönen guten Tag. Das ist feine Pakete auspacken Teil 10 und es ist wirklich einiges dabei. Ich freue mich sehr. Es hat sich jetzt wirklich in den letzten paar Tagen einiges angesammelt und unter anderem ist was von Ebay dabei. Es ist was von Ebay Kleinanzeigen dabei, also einiges von Ebay Kleinanzeigen. Ich war erfolgreich, sowohl bei den Bestellungen als auch persönlich. Da habe ich zwei Sachen abgeholt und dann haben wir noch was von Bricklink. Schöne Ersatzteile sind dabei, freue ich mich auch sehr drauf. Außerdem meine Maze Force Bestellung von Lego und dann, na gut, es ist immer was von Amazon fast dabei und auch in diesem Fall von Amazon. Los geht's! Als erstes haben wir hier diese kleine Bestellung von Ebay und zwar habe ich mir einen original verpackten Polybag gekauft von dem 20 Jahre Obi-Wan. Den habe ich für einen vernünftigen Preis bekommen. Ein bisschen über 10 Euro habe ich dafür bezahlt und das ist auf jeden Fall in Ordnung. Der wird bestimmt irgendwann mal noch teurer. Ich werde ihn nicht auspacken. Das Einzige, was ich auf jeden Fall sagen kann, ich hätte mich sehr darüber gefreut, wenn der Obi-Wan einen Umhang gehabt hätte. So einen braunen Umhang, ja, das hätte gut gepasst. Wäre eine schöne Sache. Dann kommen wir zu Bricklink und da sind viele Ersatzteile für Figuren dabei. Ich möchte ja noch meine Figuren kompletieren, wo halt noch Teile fehlen. Und hier ist dann da halt das ein oder andere Teil dabei, halt unter anderem auch eher seltenere Teile. Und da habe ich alles bei einem Shop gefunden. Von daher freut mich das, dass ich das jetzt bekommen habe. So, Verpackung haben wir dann auch offen. Und da sind die Teile. Unter anderem hat mir noch dieser Luke gefehlt. Ja, tatsächlich, dieser Luke, der war irgendwann mal nicht bei einem Set mit dabei, den ich gekauft habe. Und von daher ist er jetzt mit in der Sammlung. Außerdem noch einen Phase 1 Klon, den ich brauchte. Ja, da war auch einer mal bei einem Set nicht mit dabei. Von daher ist er jetzt auch da. Ja, dann haben wir hier noch drei Torso und unter anderem hier der von Commander Cody. Der ist tatsächlich ziemlich rar auf Bricklink und von daher hat sich das jetzt hier angeboten, den bei dieser Bestellung mit hinzuzufügen. Außerdem noch zwei normale Klonen, Torso. Leider habe ich zwei Klone damals bekommen, die in einem nicht ganz so guten Zustand waren. Also zumindest die Torso und deswegen musste ich die dann noch ersetzen. Außerdem hier noch Ersatzteile. Unter anderem haben wir hier so einen Jetpack mit dabei und einen Kopf, der auch gefehlt hat. Also zumindest hatte ich einen falschen Kopf mit dabei. Ja, und dann sind hier noch ein paar andere Ersatzteile. Aber die sind nicht weiter erwähnenswert. Dann machen wir weiter mit einem Kauf auf Ebay Kleinanzeigen. Ich war persönlich da und habe es abgeholt. Hat sich angeboten, yes, den Clone Turbo Tank, also diesen Micro Fighter mit dem Phase 2 Klon, diesem ganz normalen Phase 2 Klon. Das muss man ja erwähnen. Leider ist der ja ziemlich selten, da es ihn nur in diesem Set gab. Und dann noch die 75022, dieser Mandalorian Speeder mit diesen sehr coolen Mandalorianern und Darth Maul. Und ja, da sind die Sets. Ich freue mich halt wirklich sehr über diesen Micro Fighter. Ich habe dafür so, ja, knapp 9 Euro bezahlt. Der Klon, der ist halt schon selten und ist halt dementsprechend auch preisintensiv. Außerdem von Ebay Kleinanzeigen, Snokes Thronsaal, die 75216, original verpackt. Ja, das ist halt nicht sonderlich begehrt. Von daher auch nicht so teuer habe ich original verpackt 60 Euro für bezahlt. Ich habe es damals verpasst. Ich weiß, man hätte es damals auch viel günstiger bekommen können, weil das wollte wirklich kaum jemand haben. Aber ich dachte mir, bevor ich es mir gebraucht kaufe, für mich sind die original verpackten Sets immer eine superschöne Sache. Und von daher werde ich mich über diese Figuren freuen, wenn ich sie der Minifiguren-Sammlung hinzufüge. Generell in diesem Video, also die Vorbereitungen für die Minifiguren-Armee, laufen auf Hochtouren. Also, dass ich die 1000 schaffe. Und da ist dann jetzt hier noch einiges mit dabei. Als nächstes haben wir hier noch eine Bestellung von Amazon. Ich habe es schon mal vorgearbeitet. Das war hier in so einer Papptüte und das hat ganz schön geknistert. Auf jeden Fall, es ist die Messerschmitt geworden. Und ich habe ja Interesse am Zweiten Weltkrieg und generell so an geschichtlichen Sachen. Von daher eignet sich für mich immer hier die Historical Collection von Kobi ziemlich gut. Und werde ich aufbauen und zeigen in einem Review. Also von daher, das wird dann auch demnächst kommen. Die Messerschmitt, die habe ich für 37 Euro bekommen. Und das ist ein ganz guter Preis. Solide. Machen wir weiter. Die Bestellung ist von Alternate. Und zwar hatten wir ja wieder ein Live-Shopping-Event zum Maze Force. Und ja, ich bin fündig geworden im Vergleich zum ersten Event. Das erste Event, das fand ich, ja, das war in Ordnung. Aber dieses Maze Force Event, das fand ich wirklich super. Das war knackig. Und dieses Set, was hier drin ist, das habe ich zu einem guten Preis bekommen. Von daher immer eine Freude. Und zwar das 501. Battle Pack. Es gab es für 20 Euro. Super Preis. Und ja, man konnte es leider nur zweimal bestellen. Also hätte man es öfters bestellen können, hätte ich es wahrscheinlich auch gemacht. Aber ich kann es natürlich auch verstehen, dass andere Leute das natürlich auch bekommen wollen. Und von daher ist es zweimal für 20 Euro eine schöne Sache. Wir steigern uns und die Pakete werden schon größer. Das hier müsste auch von Amazon sein. Jawohl, es ist von Amazon. Und zwar noch was von Kobi. Da haben wir den Leopard 2. Der war lange Zeit für 50 Euro verfügbar. Da dachte ich mir, na, wartest du mal noch ein bisschen. Und dann habe ich den für 38 bekommen. Sehr guter Preis. Und darüber freue ich mich sehr, dass ich den für 38 Euro bekommen habe. Das wird dann ebenfalls demnächst gezeigt. Machen wir weiter mit eBay Kleinanzeigen. Ich habe zwei Bestellungen von eBay Kleinanzeigen. Und mal gucken, welche das hier ist. Oh, es ist auf jeden Fall ordentlich verpackt. Macht schon mal einen ganz guten Eindruck. Jawohl, okay. Da haben wir dann hier, ich hoffe man kann es erkennen, nochmal einen Phase 2 Klon, einen normalen Phase 2 Klon mit dem Micro Fighter. Das hat mich gefreut, dass ich jetzt direkt noch den zweiten bekommen habe. Und, ah ja, hier sind die Anleitungen. Okay, hier ist ein bisschen Klebeband. Da werde ich mal probieren, das noch zu lösen. Aber ansonsten in einem guten Zustand. Und dann haben wir hier noch die 75082. Ja, dafür habe ich dann, also für den Micro Fighter habe ich glaube ich wieder so 9 Euro bezahlt. Und hierfür dann so 34. Ja, ist kein besonders guter Preis, aber auch kein schlechter Preis. Halt einfach solide. Und ich freue mich halt einfach über die Figuren, die dabei sind. Weil der Inquisito da dabei ist, ist schon cool. Und ich muss wirklich sagen, ich habe jetzt angefangen Rebels zu gucken. Ist schon eine coole Serie. Von daher passt das auch gerade mit meinem Serienverhalten überein, dass ich dieses Set gekauft habe. So, die vorletzte Bestellung, die ich hier in diesem Video zeigen werde, ist ebenfalls von Ebay Kleinanzeigen. Und die ist etwas größer als die andere eben. Zumindest sind mehr Sets dabei zum Zeigen. Und, wow, also es sieht ähnlich aus wie bei dem anderen Verkäufer. Als hätten sie sich abgesprochen. Auch ordentlich verpackt. Das ist immer schön, macht halt erstmal einen guten Eindruck. Und dann haben wir hier einige Sets dabei. Ich hole sie erstmal raus. So, ich zeige erstmal nur die Anleitungen. Die Figuren, die werde ich schließlich halt in dem nächsten Teil von Road 2000 Minifiguren zeigen. Und es war auf jeden Fall alles ordentlich verpackt. Schöne Sache. Und die Figuren sind auch alle dabei. Da haben wir dann hier einmal dieses Endor Battle Pack. Ich mag dieses Battle Pack. Scout Trooper, Storm Trooper geht immer fit. Und zwei Endor Soldaten. Schöne Sache. Außerdem haben wir dann noch dieses Battle Pack. Leider fehlt hier ein Kommandodroide. Das wusste ich aber auch schon vor dem Kauf. Ich habe die Sets halt auch alle sehr günstig bekommen. Also ein Zehner pro Battle Pack. Das ist auf jeden Fall in Ordnung. Außerdem haben wir dann noch diesen Droidentransporter. Ja, schön, dass da ein paar Droiden dabei sind. Ich habe sogar noch ein paar extra Gungans bekommen. Tatsächlich freue ich mich über solche Gungan Figuren, um viele Gungans zu haben. Das ist ganz lustig, wie ich finde. Und dann haben wir hier noch die 7500. Wegen den zwei Klonen halt. Aber halt auch günstig bekommen. Von daher eine schöne Sache. Und dann noch diese Rettungskapsel. Hauptsächlich wegen den beiden Stormtroopern. Die sind aber auch wirklich sehr, sehr cool mit diesen Sandbedruckungen, die sie haben. Und halt auch günstig bekommen. Da kann man nichts falsch machen. Und ja, die Figuren, die werde ich dann im Video zeigen. Zum Schluss kommen wir zu meiner Maze Force Bestellung von Lego. Und ich weiß nicht, ob hier alles drin ist. Die haben sich auf jeden Fall Zeit gelassen, das hier zu verschicken. Mal gucken. Eigentlich müssten drei Sachen drin sein. So, also es sind zwei Sachen drin. Aber auf jeden Fall die wichtigsten Sachen. Und zwar, klar, das GWP. Ich selber würde mich ja viel mehr über eine richtig coole Minifigur freuen. Also, da gab es in der Vergangenheit so coole Minifiguren zu Maze Force. Und diese, ja, Mini-Dioramen kann ich jetzt nicht so viel mit anfangen. Aber gut, mit den doppelten VIP-Punkten ist das ein ganz netter Rabatt, wenn man das hier irgendwann noch verkauft. Ja, auf jeden Fall habe ich mir die Razorcrest gekauft. Auf die habe ich es schon lange abgesehen. Und es kursiert ja das Gerücht, dass die dieses Jahr noch aus dem Programm gehen soll. Von daher habe ich lieber vorgesorgt. Die werde ich auch aufbauen und zeigen. Habe ich schon Lust drauf. Eigentlich hatte ich noch Vaders Festung bestellt. Keine Ahnung, wo das jetzt abgeblieben ist. Aber, wie dem auch sei, für mich war jetzt erstmal die Razorcrest wichtig. Wobei ich denke, dass die Festung auf jeden Fall aus dem Programm gehen wird. Mal gucken, vielleicht liefern sie mir die noch nach oder sonst was. So, da ist ja jetzt einiges zusammengekommen. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass ich diese Sachen bekommen habe. Es ist halt immer so wie Weihnachten. Bei den gebrauchten Sachen freue ich mich eindeutig über diese Phase 2-Klone. Über die ganz normalen Phase 2-Klone am meisten. Damit könnte Lego, denke ich mal, vielen einen Wunsch erfüllen. Darüber habe ich ja auch schon gesprochen, was sie für Figuren in Bad Batch-Sets noch mit rausbringen könnten. Das würde vielen eine Freude bereiten. Deswegen könnte Lego das ja mal gerne machen. Und ansonsten ist die Razorcrest natürlich auch mit mein Highlight. Soviel von meiner Seite aus. Teil mir gerne mit, was du am interessantesten von den Sachen findest. Ich wünsche dir einen schönen Tag und ciao! ARD Text im Auftrag von Funk Vielen Dank.